Ich bin jetzt gerade unterwegs in Richtung Meer muss aber erstmal auf die Dünen, den Anstieg hier hoch Bis gleich, ich weiß nicht ob man mich am Strand aufhört, wegen dem ganzen Wind Schauen wir mal Ich bin soweit, Boot ist aufgebaut, Problem sehe ich, ich werde wohl nicht trocken ins Boot kommen Das scheint unmöglich zu sein Ohohoh 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 Trocken klappt halt nicht, aber geil Ohohoh 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 Ach du Scheiße Ohohoh Kalt Ohohoh Ohohohoh Ohohoh Ohohoh Scheiße! Alter Schwingen! Geil! Ach du Scheiße! Cabello! Ach du? Ach du? Ach du? Ach du? Ach du? Reck mich am Rutsch. Genauso muss ich verhindern. Das kann mir gar nichts passieren. Ich darf nur nicht weggehen. Jungs, das kostet richtig kraft. Das kostet richtig kraft. Denk mir am Marsch. Juhu. Ach du Scheiße. Juhu. Schrei. Juhu. Juhu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann ihn mehr. Das ist ein Bremschen. Oh, ich... Oh, ich... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Ich lasse mal hoch, und dann... Wow... Huh... Ah... Wow... Zum Glück hab ich jetzt... Ein paar... Extreme dabei... Ich geh aber gleich schon mal rein... Aber jetzt grad ein bisschen... Huch, schwindelig... Und ... Oh, oh... Oh, oh... Oh! Ah... Ah... wir saugen und los und nochmal wie ist er mit Stimmen geblieben das geile ist das Autoshirt das sieht zwar blöd aus aber das wärmt weiter ich geh mal ein bisschen näher das hat mich nach hinten getrieben ich wollte aber hier in der Ecke bleiben das war schon meinen letzten Gang nicht mehr bleibe ich ein bisschen vorm Wasser stehen und halt mich mal und kämpfe nur gegen die Wellen ich will nicht weiter raus bis gleich ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße Oh oh Ach du Scheiße! Ach du liebe Güte! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich bin gerade auf dem Rückweg ins Hotel und wollte ein kleines Fazit zu meinem Falle geben. Da ist jetzt ein bisschen Sand drin und ich kriege ihn nicht übereinander gemacht. Das kann man normalerweise in vier Teile machen, aber es ist gerade nicht nötig. Und ja, das kämpft halt auch mit dem Wind. Ich bin nicht so entspannt damit. Wir haben richtig... Sturm, Wind, Regen... Ich mein, Regen macht mir jetzt nichts mehr. So platzschlos. Okay, bis gleich. Oder bis die Tage. Ciao, ciao! Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017